So, ein Update zum Schneechaos vom 08.02.2021. Schaut mal, hier liegt alles brach. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen kennt, die Schienen sind sogar völlig vom Schnee bedeckt. Hier ist alles völlig zugeschneit. Ich versuche mal hier weiterzulaufen. Also, ihr seht hier unten, es liegen gut 30 cm Schnee. Es gibt natürlich auch Schneeverwehungen, da es wirklich eisig kalt ist. Es sind ja zwischen 8 und 10 Grad, also im Minusbereich natürlich, gefühlt minus 16, minus 18 Grad. Und es schneit noch leicht weiter. Ja, es soll noch die nächsten Tage nicht besser werden. Also, ein absolutes Schneechaos, was wirklich der Jahrhundert, oder ich meine, wir haben ja ein neues Jahrtausend, ein neues Jahrhundert, von daher ist es bis jetzt der Jahrhundert, der Jahrtausendschneefall. Denkt an eure Vögel. Denkt an eure Tiere im Garten. Gebt genug Futter, denn diese finden jetzt nichts mehr. Das ist schon schlimm, dass es so kalt ist für die Tiere. Und wenn die dann nichts zu fressen finden, dann werden diese sterben. Also denkt an eure Tiere. Ja, und geht raus, macht was für eure Gesundheit, nutzt das schöne Wetter, das klare Wetter, die gute Luft und baut euer Immunsystem auf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald. Und wir sehen uns morgen zu einem neuen Update wieder.